hier sind wir dann jetzt im anfang des jahres 2021 also die gewinne vom letzten jahr sind schon komplett ausradiert wir sind jetzt das ja haben wir komplett die verluste wieder abgegeben jetzt sind wir auf anfang des jahres 2021 und ja wir kommen jetzt dann hier in die nächsten unterstützungsbereiche im nasdaq mir muss auch dazu sagen dass die märkte jetzt ausgesprochen überverkauft sind wir gucken uns das noch mal hier auf der tagesbasis an jede kerze ist hier ein tag also sehr überverkaufte situation kann aber natürlich durchaus eine ganze weile anhalten auf der wochenbasis gilt das ebenfalls sie sehen hier schon eine ganze weile schon anfang des seit anfang des jahres sind wir in dieser überverkauften situation aber hält sich weiter läuft weiter unter druck und auf der langfristigen ebene sehen wir es hat gerade erst angefangen das war schon ein deutlicher schlag aber da ist noch mächtig luft allein nur bis zum ausbruchsniveau von nach der corona krise und ich glaube die situation die wir jetzt haben ist ja deutlich dramatischer und wir sehen dass hier von indikatoren her hat die party gerade erst begonnen also wir dürfen uns darauf einstellen dass hier noch mächtig was passiert und das was ich im 2018 im buch beschrieben habe die welt vor der größten wirtschaftskrise aller zeiten das ist jetzt genau das was wir erwartet haben wobei die ukraine krise hier nur ein im moment zusätzliches element ist es geht eigentlich geht es um die zinsanstiege es geht um die stagflationssituation das was wir vor der ukrainekrise diskutiert haben die ukraine kommt im moment nur kurzfristig überlagernd dazu aber das große übergeordnete thema die steigenden us-zinsen die parallel einbrechende wirtschaft stagflationsszenario mit entsprechenden platzen der chinesischen immobilienblase was sich ja gegenseitig bewirkt das beginnt gerade und wie gesagt solche situationen wie es hier rund um ukraine und möglicherweise rund um taiwan wären nur übergelagert zusätzliche mosaik steine aber wird das ganze bild nur verschärfen aber nicht entscheidend auslösen der auslöser den haben wir ohnehin durch die amerikanischen steigenden zinsen etc also wir erleben ja wirklich möglicherweise mit guter wahrscheinlichkeit den beginn eines ganz großen beben der uns in sehr sehr große verwerfungen führen kann und sie sehen wie plötzlich eine überraschung zu anderen kommt die man gar nicht so im blick hat